Hallihallo, Hallöchen ihr Lieben und seid mir ganz herzlich gegrüßt an Tag 22. Ich muss langsam schon überlegen, obwohl es ja dem Ende entgegen geht. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt, was wir hier wieder Schönes drin haben werden in den beiden Adventskalendern. Und Nussprotein-Mix mediterran. Ich finde es mega cool, dass die immer mal wieder so mediterranes Zeug mit da reinschmeißen. Das hat zwar für mich jetzt relativ wenig Weihnachtliches, weil ich halt einfach an Weihnachten immer an Marzipan, an Nougat und so weiter denke. Nicht unbedingt jetzt an mediterrane Geschichten. Aber ich finde, die setzen das hier sehr, sehr gut um. Wir haben hier drin Sojabohnen, Mandeln, Tomatenflocken, Dextrose, Meersalz, Tomatenpulver, Gewürze, Knoblauchzubereitung, Knoblauchsalz, Majoran-Extrakt und Oregano-Extrakt. Das schmeckt sehr lecker. Ja, die Mandeln, so wie an Tag X. Ich weiß nicht mehr, wo es drin war, mit dieser richtig geilen Würzmischung. Auch das ist wieder was, was ich mir über einen Salat geben würde oder wenn ich irgendwie einen Auflauf mache. Ich bin eigentlich kein Typ Mensch dafür, der auf so einen Auflauf noch irgendwas Crunchy-Ges braucht. Aber das von der Würzung her könnte ich mir da sehr, sehr gut vorstellen. Und deswegen gibt es hier von mir 5 von 5, wie Gänse. Dann haben wir als nächstes den Koro-Kalender. Tag 22. Und dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier drin haben. Auch wieder etwas kleiner. Oh! Ich glaube, die hatte ich schon mal irgendwann. Und zwar haben wir hier Nut Butter Cups, Salted Peanut. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hatte schon irgendwelche Cups. Guck mal, wie mir der Fokus aber auch immer rausfliegt. Ich hatte ja schon viele oder öfter mal solche Dinger. Ich weiß immer nicht, was ich da schon auch hatte und was ich da nicht hatte. Also die kommen hier wieder so in dreierlei Gedönse um die Ecke. Man sieht es gar nicht mehr. Es ist das reinste Chaos hier bei mir. So, ich schnappe mir den in der Mitte. Das hat richtig ordentlich Füllung. Was ich ja immer sehr gut finde. Also wenn man schon damit wirbt, dass da irgendwas drin ist, dann braucht das für mich auch einfach den Geschmack davon und nicht einfach nur so ein Klecks irgendwie. Sondern da muss dann schon ordentlich reingebuttert werden. Und in dem Fall ist das so, ich finde es nur nicht salzig genug. Also es ist so, man hat das Cremige, das schmeckt super lecker. Die Schokolade und die Creme ist super gut aufeinander abgestimmt, finde ich. Aber es fehlt mir noch so ein Tacken mehr das Salzige bei Salted Peanut. Das ist aber wirklich jetzt gerade echt meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ich bin am überlegen, mache ich jetzt 4 von 5 oder mache ich 5 von 5 wie Gänse? Aber ich habe ja was zu beanstalten. Also müssten es ja fairerweise 4 sein. Also sage ich hier 4 von 5 wie Gänse. Aber, ne, also so eine Prise mehr Salz und dann wären es 5 von 5. Ja, ihr Lieben, das war es an Tag 22. Wir sehen uns morgen wieder, ihr Lieben. Macht was Schönes, genießt die Zeit, macht euch keinen Stress. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!